Tja, Lehmann. Lohmann. Ich sage immer, je härter man verhandelt, desto angenehmer muss man reisen. Die kleinen Annehmlichkeiten des Lebens hat man sich eben irgendwann verdient. Fahren Sie weiter so. Dann sitzen Sie auch mal in einem Wagen mit allen Extras. Schon passiert. Der Astra Dream. Mehr Extras gibt es kaum. Opel. Wir haben verstanden.